Es ist bis heute Fakt, dass die Tatsache, dass die Modelle, mit denen die Zentralbanken dieser Welt ihre Politik machen, dass es in diesen Modellen per Annahme unmöglich ist, dass es so etwas gibt wie eine Finanzblase. Per Annahme. Nicht mal so, dass sie das nicht voraussehen, sondern die Annahmen sind so, dass sich die Preise am Finanzmarkt nicht längerfristig von ihren Fundamentalwerten oder mittelfristig von ihren Fundamentalwerten entfernen können. Nun gut, jetzt haben wir aber in den letzten zehn Jahren, wenn Sie an Dotcom und die Häuserblasen rund um die Welt denken, zwei massive Blasenentwicklungen mit entsprechenden Zusammenbrüchen gesehen. Da ist, glaube ich, die Frage absolut naheliegend und auch berechtigt, ob man wirklich auf der Grundlage solche enger Modellannahmen weiterhin Politik machen kann. Wahrscheinlich ist die Antwort, wir haben erstmal keine Alternative, wir müssen erstmal so tun und einfach sozusagen am Rande offen sein für die Möglichkeit, dass vielleicht das, was am Aktienmarkt passiert, nicht immer rein ökonomisch fundamental in einer fundamentalen Logik gehorcht. Aber in jedem Fall zeigt es, dass wir unheimlich viel Arbeit noch zu tun haben und uns nicht in die Öffentlichkeit stellen sollten mit einem Anspruch, ja, wir haben das perfekte Modell, das komplett zu befriedigend das Verhalten von 80 Millionen Deutschen oder 350 Millionen Europäern beschreibt. Die Bankenaufsicht in vielen Ländern vor der Finanzkrise hat sich nicht gerade durch sehr genaues Hingucken ausgezeichnet und man hat dort die Krise eher verschlafen, wenn man so will. Das ist oft das Problem, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, wenn man immer nur sozusagen auf der Mikro-Ebene auf die einzelne Bank guckt und dann verpasst man oft das große Bild. Das heißt, ich bin allerdings ein großer Befürworter von einem Ansatz, den man als makropotenzielle Aufsicht bezeichnet. Das heißt, dass wir etwas brauchen zwischen der Bankenaufsicht, die traditionell auf die einzelne Bank guckt und dem, was die Zentralbanken machen, nämlich nur das große Ganze der Volkswirtschaft anzugucken, dass irgendwo dazwischen eine Institution, vielleicht keine Institution, aber jemand zuständig ist dafür, sozusagen das Gesamt, die Finanzrisiken, die Stabilitätsrisiken im Auge zu behalten, die im Finanzsystem als Ganzes sich aufbauen. Gerade auch, wenn man solche Dinge auf nationaler Ebene lässt, die Gefahr immer sehr groß ist, dass die nationalen Bankenaufsichtsbehörden die Interessen ihrer eigenen Banken vertreten. Da hat etwa auch die deutsche BaFin sich nicht mit Ruhm bekleckert. Wenn Sie da die Jahresberichte aus den Jahren nach der Finanzkrise lesen, dann haben Sie das Gefühl, dass die BaFin eigentlich die Interessen der deutschen Finanzindustrie vertritt und gegen höhere Eigenkapitalquoten argumentiert. Das heißt, diese Form von, man nennt es auf Englisch die Regulatory Capture, also dass die Regulierer sozusagen gefangen genommen werden von den Interessen derer, die sie eigentlich regulieren müssen und die sozusagen nach außen sich mit denen identifizieren, ist besonders dann groß, wenn man solche Sachen auf nationaler Ebene lässt. Insofern ist es wahrscheinlich schon eine gute Idee, das bei der EZB anzusiedeln. Es gibt viele Kollegen, die ganz spannende, innovative Sachen machen, die aus dem, sagen wir mal, überlieferten Kanon, über diesen Kanon hinausgehen und methodisch Neuland beschreiten. Also da gehören zum Beispiel die verhaltensökonomischen Ansätze dazu, da gehört auch die Renaissance der Wirtschaftsgeschichte dazu, mit der ich nun selber sozusagen, mit der ich selber verbunden bin. Und dazu gehören aber auch allerlei sozialökonomische und neue Ansätze in der Makroökonomie etwa dazu. Ich denke, es wird eine Weile dauern, bis sich diese Neuansätze so institutionell auch widerspiegeln, dass sie für die Öffentlichkeit bemerkt werden. Das ist immer, ich glaube, ein ganz normaler Prozess, bis etwa die Zentralbanken nicht mehr nur Leute anstellen, die Modell X machen, sondern auch Leute interessant finden, die vielleicht sagen, nee, Modell X ist, halte ich für unzureichend und ich habe neue Ansätze, wird es einfach eine Weile dauern. Es gibt die berühmte Aussage, ich glaube, sie ist von Max Weber, dass wissenschaftlicher Fortschritt stattfindet, ein Begräbnis nach dem anderen. Es wird also eine gewisse Zeit brauchen, bis die, einfach sozusagen im Wissenschaftsbetrieb die kritische Masse an neuen Ökonomen auch da ist, dass sich das für die Öffentlichkeit so darstellt. Aber ich glaube, unter der Oberfläche und wenn man ein bisschen genauer hinguckt, und ich sehe das auch selbst in meinem Umfeld, die Bereitschaft, sozusagen außerhalb der Kiste, der Box zu gucken und auch neue Ansätze wieder aufzunehmen, ist sehr viel stärker als vorher. Was hoffentlich den Deutschen klar geworden ist, ist, dass es nicht so einfach ist, zu sagen, wir sind Exportweltmeister. Denn Exportweltmeistern, diese Exportüberschüsse, die wir generieren, heißt auch immer, dass wir dem Ausland Geld leihen. Denn die kaufen mehr von uns als wir von denen und diese Differenz leihen wir dem Ausland. Und historisch betrachtet sind Vermögensanlagen im Ausland, was auch immer ihnen ökonomische Modelle erzählen, über Portfoliodiversifizierung und so weiter, sind große Auslandsvermögen immer eine schlechte Idee. Die gehen irgendwann, irgendwann werden die entweder enteignet oder sie sind weg, sind historisch durch Kriege und alle viele Dinge oft verschwunden. Und auch die letzten 20 Jahre deutscher Auslandsanlagen im Ausland haben sich jetzt etwa durch die Krise im Euroraum, da hat sich so viel deutsches Kapital in Luft aufgelöst, dass es wirklich in einem Maße eigentlich zum Nachdenken anregen sollte über diese simplen, oft noch aus sozusagen Wirtschaftswunderzeiten stammenden Stammtischparolen. Exportüberschüsse heißen letztlich, wir leihen dem Ausland Geld und ob wir das jemals zurückkriegen, ist eine ganz andere Frage. Also das ist so ein Punkt, wo ich sagen würde, es wäre schön, wenn die Problematiken, die in der Krise offenbar geworden sind, das würde ich mir wünschen, zu einem etwas tieferen ökonomischen Denken auch in der deutschen Öffentlichkeit führt. Und da, ich meine, ich habe selbst lange Jahre im Ausland gelebt, da drängt sich doch im Vergleich oft der Eindruck auf, dass sozusagen das Niveau der ökonomischen, das Verständnis des ökonomischen Zusammenhänge in der deutschen Öffentlichkeit, im deutschen Journalismus oder auch in der deutschen Politik dem anderer Länder, wie etwa in Großbritannien, weit hinterherhinkt. Und man oft in doch relativ, sozusagen die berühmte schwäbische Hausfrau entweder bemüht, wenn es um die Staatsfinanzen geht oder das Bild des Exportweltmeisters, das ähnlich ist wie Fußballweltmeistern, nur dass es nicht alle vier Jahre stattfindet, wenn es um die Außenwirtschaft geht. Und es sind, wie ich finde, in beiden Fällen gefährliche Vereinfachungen, die wir hoffentlich durch die Krise korrigieren.